ok gegen chong ist easy ich glaube da kann ich gegen chong ist easy da habe ich keine angst oh jeder was geht ab leute team mobelt hier heute mit einem weiteren match unserer leihenden liga wie bereits gehört habt und gesehen habt treten heute unser praktikant alex gegen chong an pepe gegen satella ansonsten danke für g2b games für den kleinen preis für die liga wie ihr wisst schreiben wir für die artikel und es wird auch einen zu der liga geben also wenn ihr wollt checkt die mal ab ansonsten viel spaß beim duel so 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 Wie erwartet, ich habe es geschafft, ich habe gewonnen, ich habe es euch gesagt, ihr könnt alle einpacken. Das war das Duell, kurz und schmerzlos, Pepe hat zerstört, Chong hat schlecht gezogen und Pepe ist gut gezogen, konnte man nicht viel machen. Hier seht ihr nochmal die Tabelle und alle Punkte, Kojiro Yugo momentan immer noch erster Platz, NPR Alex mit dem Sieg jetzt auf den zweiten, Tati auf den dritten, Chong auf den vierten und Baris auf den fünften. Alles noch relativ knapp beieinander, alle erst drei Punkte, mal schauen wie die nächsten Matches so werden. Hoffentlich schaut ihr nächste Woche wieder vorbei und bis dahin, leidet nicht so viel. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab, ansonsten like und subscribe unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab, unsere Facebook-Seite wird auch mal neu aufgefrischt, ansonsten leidet es nicht.